Ach, da sind sie jetzt. Mal eben überlegen. Eigentlich müssten wir jetzt mit denen hier unten supporten. Einfach mal hier durchheizen. Dann schön von hinten kommen. Das sollte nämlich jetzt richtig gut sein. So, und hopp, hopp, hopp. Mach mal ein bisschen Henne. So. Jetzt sieht's schlecht aus, Jungs. Jetzt sieht's ganz schlecht aus. Tja. Läuft nicht. Tja, jetzt geht's rund. Jetzt geht's richtig rund. Hopp, ebt den. Und zwar richtig. Macht alles nieder da. Kommt schon. Oh, die haben wir schon einen Panzerhops genommen. Bewegung, schneller. Hurra. Irgendwie wollen die grad nicht so recht. Tja, da mussten sie sich aber zurückziehen. Es wäre das nicht so gut für sie ausgegangen. Ah, er ist aber noch hartnäckig. Hallo, ist es... Wieso... Jetzt... Ah, jetzt scheint das ja ganz gut zu funktionieren. Ah, so langsam... ...muss ich mich zurückziehen. Oh, ey, oh, ey. Ist da auch noch ein... ...Bunker? Wenn ja, dann hab ich ein Problem. So, jetzt mal ganz schnell weg da. Jungens. Fehlt doch noch einer, oder nicht? Was? Wieso stehen die da noch so doof? Seid ihr doof? Bewegt euch! Schneller! Bewegt da! So. Weil das jetzt eigentlich gar nicht so klug ist. Ich warte jetzt mal. Kann ich mir nämlich den gleich holen? Naja, gleich nicht, aber... ...kann man sich den ja bald mal organisieren. ...ein Fight hier unten. Ein Fight. So, er kriegt jetzt einfach mal hier die Sperrfeuerart hier rein. Einfach mal Provisorium. Na, wird doch gar nicht so schlecht. War echt gar nicht so schlecht. Brauchen wir aber jetzt noch mal ein bisschen hier, oder? Frischfleisch ist angekommen. Frischfleisch! Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Treppstoff. Und dann gibt's ordentlich aufs Fressbrett. Gehen wir nämlich direkt wieder nach unten? Ne, dann gehen wir dann mal nach oben. So, stopp. Stopp. Mach die mal nieder hier. Genau. So. Kommt ihr jetzt mal schön alle hierher und hurray! Wisst ihr doch. Hurray! Jo, will er jetzt da wirklich mit... Will er da jetzt wirklich hin? Okay. Wie er will. Wie er will. Wird kein Problem mit. Ah, herrlich. Das sah gut aus. Au. Wir sind aber schnell. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Und, bam! Arschloch. Tjo, und nun? Was machst du nun? Tja, deine Kanone ist kaputt, ganz genau. Das hast du sehr schön erkannt. Hm. Kommen wir mal. Ähm. Jungs. Hallo? Was tut ihr da? Tja, warum auf einmal das jetzt irgendwie nicht so ganz hingehauen hat? Ähm, Lul? Was versucht er denn da? Raufel. Geil ist das denn, ey? Sie wollen es. Wir erobern es. Ey, was gibt das doch nicht. Wir kriegen das nicht geschissen. Die sind echt nicht gerade doll drauf, die Jungs. Wir haben es definitiv nicht drauf. So, wir werden das jetzt mal hier oben wieder schön einnehmen. Nochmal unseren Tank-Rabber-Riam. Wir haben es. So. Ihre Befehle, Genosse. Alles wieder mein. Muss ich jetzt da unten auch noch irgendwie... Ne, muss ich nicht. Ich glaube... Jetzt haben wir sie endgültig gebrochen. Wäre ja auf jeden Fall mal schön. Wir haben immer noch Treibstoff-Probleme. Mann, Mann, Mann. Ja. Mhm. Interessant. Das ist schon ein richtig dicker Tank hier. Aber... Auch dagegen haben wir gleich was. Das war den hier. Hurra! So, dann müsste er dann ja auch gleich mal fit sein. Genau. Kann aber nichts... Ja, ich kann mal ein paar Panzerminen bauen. Unbescheiße. So, dann wollen wir mal den schweren Panzer an die Front bringen. Mal sehen, was das auch anhält. Ja, nochmal schnell ein MG rauf. So, und die haben das jetzt auch. Aber dann ziehe ich mich nochmal zurück. Was war das denn? Irgendwas habe ich da abbekommen. Hm. Das wird ganz gut. Was? WTF? Also... Krass. Das war jetzt wirklich schon krass. So, gucken wir mal. Bam. Wichser. Sag mal, Wichser. Wir müssen euch da eigentlich nur aufhalten. Okay. Okay, jetzt... Jetzt ist es böse. Jetzt will er nämlich da oben auch kommen. Hm. Nein, ihr könnt euch mal zurückziehen jetzt. Ihr habt eure Schuldigkeit getan. Wir brauchen jetzt Schützen. Wir brauchen jetzt Schützen. Ganz viele Schützen. Und dann alles nach oben. Wir brauchen oben. Na, komm schon. Noch mal Henne. Henne, 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 Henne. Super. Reicht. Hooray. Sollen sie uns richtig hart setzen, oder was? Ei, 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 ei. Juri, hör dir auf, am Sack rumzuspielen. Verdammt, Juri. So, da kommt ein Tank. Mal mit dem mal Hops nehmen. Müsste doch irgendwo hier sein. Da ist er. Fährt nach oben. Irgendwo hier nach oben fährt er. So, da fährt er hin. Sauber. Genau richtig. So, mal gucken hier. Ähm, Leute? Ich versteh's nicht. Also manchmal... F. 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 Guck mal her hier. Mach mal ein bisschen Henne. F. F. Lass den doch nicht entkommen, Mensch. Versteh's nicht. Ich drück hier die Shortcuts und die laufen nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Doch immer noch irgendwo welche. Seh ich doch genau. Mach mal Henne. Mach den kaputt. Hallo? Mann, Jungs. Komm schon. Mach den kaputt. Das gibt es doch nicht. Wieso reagieren die nicht? Wieso reagieren die nicht? Ah, der will jetzt da... Luftschlag was machen. Ja. Ich hab's gerochen. Aber... So einfach nicht. Mein Freund. Sag mal. Geht doch. Ja. Ferdinand. Krass. Klang. Ich muss aber nach oben. Das wird zügig. Da, da. Mach mal ein bisschen Henne. Schon so viele Verluste jetzt inzwischen. Nicht so prall. Super. Das ist super. Ah. Auwe, auwe, auwe. Mach mal Henne. Super. Schaut ja soweit ganz nett aus. Ah. Gerade die Verluste extrem hoch. Aber egal. Das ist es mir jetzt wert. Vor allen Dingen deswegen. Bäm. Wichser. Der Rest ist mir eigentlich gerade scheißegal. Scheißegal. So. Und ihr werdet jetzt mal mit Hooray hier nach oben laufen. Ihr auch. Alle nach oben. Ich schneide es aber auch nicht, dass ich hier Hilfe brauche. Das ist echt unglaublich. Mann, Mann, Mann. Die sind auch noch am Laufen. Die sind noch am Baum. Da sind die ersten. Die Injis. Alle Stahl in den Augen oder so. Man kann es gar nicht leisten im Moment. Mann, 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 Mann. Ihr seid so lustig, Jungs. Ihr seid so lustig. Was meinst du, wenn ich hier die ganze Zeit am feiten bin? Ihr seid diejenigen, die hier verkacken. Mann, Mann, Mann. So, noch mal ein bisschen Nerven hier. So. Und schneller. So. Gucken wir mal. Ob noch irgendwas ist, was mich nerven könnte. Das sieht aber gut aus. Da ist er Panzer. Da ist er Panzer. Komm schon. Komm schon. Gib ihn von hinten. Ähm. Wexer. Tö. Jetzt geht's auf dem Arsch. Jetzt geht's richtig auf dem Arsch. Molotow noch mal werfen hier. Hopp, 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 hopp. Bewegt euch. Gebt euch von denen nicht erwischen lassen. Hopp, hopp. Ihr haut ab. Ah, das ist nicht so krall, wa? Das ist nicht so krall, wa? Wir haben verlobte. Reiß den Panzer weit auf. Bahm. Noch mal ein Molotow. Hau doch mal ab. Ach, falsch, ja, knapp. Sollte auch den richtigen dafür drücken. Das soll helfen, hab ich gehört. So, ihr lauft noch mal ganz schnell da hin. Einfach nur aus Prinzip. Hopp, hopp. Oh, scheiß Ferdinand. Bewegt euch mal. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hab keine Ahnung, wo das gerade runterkommt. Da. Okay. Das geht ja noch. Jetzt, du gehst auch nochmal zurück. Und die werden nochmal aufgerüstet. Ja, ich wäre mich hier hartnäckig, aber irgendwie, ich kriege hier keinen Support. Ich weiß nicht, wie lange dann dementsprechend ich das hier noch halten werde. Ja, ich weiß nicht, wie lange dann dementsprechend ich das hier noch runterkommt. Gucken wir mal. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Tö. Bist ihr einfach an ihrer Base mehr oder minder? Schon halbwegs Container. Ich kann aber nichts anderes machen. Dann lassen wir dem nochmal nochmal einen Molotow hin. Am Topf. Aber auch nicht. Der hat sich schon zurückgezogen. Ja, so langsam wird's kritisch hier. Langsam wird's echt kritisch. Hopp, hopp, hopp. Und werfen, rander und werfen. Naja. Steppen. Ja, im Moment ist das gerade echt nur noch ein Aufhalten. In der Hoffnung hier einfach, das so lang wie möglich irgendwie unter Kontrolle zu halten. Aber jetzt, Pfiff. Kann einfach nichts machen. Jetzt haben sie den, aber Pfiff. Ja, jetzt muss ich eindeutig weg. Das war's. Tja, was soll ich machen? Ich hab aber lang genug ausgehalten, aber was soll ich machen? Irgendwann ist es vorbei. Auweh, 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 auweh. Auweh, 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 auweh echt nichts anderes tun, als das was ich hier noch habe, zusammen zu kratzen und dann wieder nach oben zu marschieren. Diese blöden Tanks, diese blöden Tanks. Ist immer noch nicht so ganz geschnallt. Was soll ich damit machen? Tja, genau das Ding ist das Problem. Lachkrampf kriege ich gleich, ehrlich mal. So, ihr bewegt euch jetzt einfach mal da hin und macht den mal deswegen da heil. Das ist mir jetzt langsam auch Lade. Ihr läuft jetzt mal bitte hier hin. So, jetzt bräuchte ich wie gesagt Support. Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wie eben. Ja, er hat es nicht geschnallt. Geh doch mal weg da, damit ich einnehmen kann, du Vollhorst. Jo, sieht ja ganz gut aus hier. Jetzt haben sie das unten wieder verloren. Oh Mann, ey. So, Hurray. Und weg mit dem Ding. Hopp, hopp. Mach das Ding kaputt. Super. Und weg hier. Weg da. Hat er jetzt seinen eigenen Ferdi? Tatsache. Psycho. Na, jetzt wird er mich hier hops nehmen. Da muss man was gegen tun hier. Ich glaube, das war's dann quasi. Haut ab. Ja, das scheint ihn ja ganz gut zu treffen. Feindkontakt mit Panzer. Im Gegensatz weniger. Das ist doch eine nette Sache. Ahm. Super. Boah, jetzt machen sie hier aber nochmal richtig Druck. Schuss. 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 Oh, ey. Ah, es war auf jeden Fall ein schönes Spiel, trotz allem. Schuss. Auch wenn wir das wohl verlieren werden. Schuss. Das ist schwer da noch aus. So. Soll man da noch tun, ne? Haben es lange 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 hinaus gezögert. Aber jetzt ist es dann doch vorbei Hm, das ist schade War ja trotzdem, wie gesagt, ein schönes Spiel, fand ich Aber, das sollte jeden Moment rum sein Na, die Deutschen sind mir doch einfach Sind dann doch einfach eher meins Ich glaube, ich werde auch gleich wieder mit den Deutschen noch eine Aufnahme machen Kommt einfach cooler Bums Wir wollen es jetzt aber wirklich nochmal echt wissen Tja, das war es dann auch 49 Minuten hat das ganze Spiel gedauert Das ist nicht ohne Da muss ich mal gucken Das werde ich dann wohl aufteilen Aber, nichtsdestotrotz Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Und wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben Wäre schön Und schaut einfach mal beim nächsten Mal wieder rein Also eine Folge wird es definitiv noch geben Von daher, auf bald! Heimer hat es jetzt noch ein bisschen Das geht an euch auch am Ende Auge haben, ein paar Verlust noch einmal ein paar Mal wieder Ja, was denn hier ist es noch gut in der Mitte Das geht es immer noch gar nicht in der Mitte Das geht es mir noch einmal darum Und es ist ja auch immer noch